So langsam ist Endspurt von den Boostern, die ich hier noch schon angehen habe. X-Alan. X-Alan, Piraten und Dinosaurier. Ist auch schon eine Weile her, dass wir das aufgemacht haben. Ich glaube, das letzte Mal war das Pre-Release-Kit vor Ewigkeiten. Ja, gucken wir an, was X-Alan uns zu bieten hat. 4-Mana-3-4-Reach. Okay. Dinosaurier, immerhin. Und direkt ein Pirat. 5-Mana-3-4. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, kriegt ihr 2 farblose Schatzspielsteine, die man tappen kann, opfern kann, um manablierige Farbe zu bekommen. Fathom, Fleet, Firebrain. 2-Mana-2-2. Für 2-Mana kriegt ihr plus 1, plus 0 bis zum Endeszug. Ich bet. Dire Fleet, Interlooper. 4-Mana-2-2 mit Menace. Und wenn ihr ins Spielfeld kommt, könnt ihr exploren. Exploren. Ihr oberlegt die oberste Karte auf den Stacks auf, deckt die auf. Und dann legt sie in die Hand, nimmt sie in die Hand, wenn es in die Hand ist. Ansonsten kriegt ihr eine Plus 1-Marke. Und ihr könnt die Karte entweder in den Friedhof legen oder wieder oben aufs Deck. Paladin auf The Bloodstained. Dass hier Vampire weiß sind. 4-Mana-3-2. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, kriegt ihr einen 1-1-Vampire-Token mit Lifelink. New Horizon. Ja. 3-Mana, verzauberte Kreatur. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, könnt ihr den 1-1-Mana auf eine Kreatur legen. Und das verzauberte Land hat Tatten. Ihr kriegt 2-Mana beliebiger Farbe. Queen's Base Soldier. 2-Mana-2-2. Kein Effekt. Meh. Siren's Ruse. 2-Mana-instant. Ihr exalt eine Kreatur, die ihr kontrolliert, und bringt sie unter der... Unter der Kontrolle, jetzt besitzt sie das zurück. Wenn es ein Pirat war, zieht ihr die Karte. 3-Mana-3-2. Riven-Stagger-Tooth. Ich mag die Dinosaurier. Leider. Enrage. Immer wenn Lebensschaden zugefügt wird, kriegt ihr 2 Leben. Duras. Wunderschön. 2-Mana-Sorcery. Ein Gegner eurer Wahl. Zeigt seine Hand vor. Ihr nehmt eine Nicht-Land-Nicht-Kreaturen-Karte davon, und der muss die abwerfen. Belowing Eggasaur. Oh, das sind die... Oh Gott, wie heißen die denn? Sag mir mal, wie die hießen. Hier mit den... Mit diesen... Prügeln am... Schwanz. 6-Mana-3-5 mit Enrage. Immer wenn der Schaden zugefügt wird, kriegt ihr eine Plus-1-Marke. Auf jede Kreatur, die funktioniert. Neues. Victorious Con... Conquistador. Conquistador. 1-Mana-1-2. Wenn man eingreift, vielleicht jeder geht da ein Leben. Thundering Spinebag. 7-Mana-5-5. Andere Dinosaurier, die ihr kontrolliert, kriegen Plus-1-1. Und für 6-Mana kriegt ihr einen 3-3-Dinosaurier mit Trampel. Was aber eigentlich ein 4-4er ist. Das ist gut. Und oh, und so rare. Search for Axantha. 2-Mana-Legendäre Verzauberung. Zu Beginn des Versorgungsegmenten guckt ihr euch die Karte Ostergarten aus 6 an. Hier könnt ihr den Friedhof legen, wenn ihr wollt. Dann, wenn ihr 7 oder mehr Karten im Friedhof habt, könnt ihr dieses Ding transformieren. Dann wird es zu Axantha, the Sunken Ruin. Tappen für ein Blauers. Oder 3-Mana-Tappen. Ihr guckt euch die obersten 4 Karten aus Decks an. Ihr könnt davon eine Nicht-Kreaturen, Nicht-Land-Karte davon vorzeigen, die in die Hand nehmen. Und den Rest unter euer Deck in irgendeiner Order. Das ist eine gute Karte. Das ist eine verdammt gute Karte. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. .